Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir wirklich so ein Geheimnis, denn es ist in der Papierpresse, in den Totholzmedien, wie ich so gerne sage, nicht abgedruckt worden. Und zwar habe ich am 18. und 19.06.2016 einen Weltrekord gefahren, und zwar mit einem vollelektrischen Auto die maximale Anzahl an Kilometern pro 24 Stunden. Am 18.06.12 Uhr mittags ging es los und zwar in der Nähe von Ulm am Supercharger der Firma Tesla in Ulm West am Hotel Seligweiler, schönes Hotel, und ging dann über die Nacht nach Sonntag zum 19.06.12 Uhr mittags und dann hatte ich, halten Sie sich fest, inklusive Ladezeiten 2442 Kilometer auf dem Tacho und der ging nun nicht so ganz richtig, ich hatte extra noch ein GPS mitlaufen und das GPS zeigte 2424 Kilometer. Und das inklusive Nachladen, das heißt, ich habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit inklusive Nachladen von 101 Kilometer pro Stunde geschafft und gefahren bin ich so im Schnitt 137. Und wenn Sie die genauen Zahlen wissen wollen von diesem Weltrekordversuch, Sie finden sie ganz am Ende mit der Karte, wo wir gefahren sind. Und dann schauen Sie sich bitte vorher dieses Video an. Gefahren sind wir zu zweit, mein Sohn und ich. Abwechselnd, damit er hier nicht mit Übermüdungen sowas aufkäme, der andere hat sich um das Tell gelegt zum Schlafen. In der Nacht, wenn es dunkel war, haben wir immer einen Beifahrer dabei gehabt, um die Sicherheit zu erhöhen, auch wenn das zu Lasten von ein, zwei oder drei Kilometern Reichweite oder Rekordweite geschadet hat. Wir haben einen Rekord geschlagen, der lag bei 2010 Kilometern binnen 24 Stunden, allerdings mit dem Tacho gemessen und nicht mit dem GPS gemessen. Und als wir das alles geschafft haben, dann haben wir anschließend zu Hause gefeiert und dazu haben wir diesen Black Bowmore, ja, haben wir wieder zwei kleine Dramps rausgenommen oder waren es vier, weiß ich nicht so genau. Wer diese Flasche nicht kennt, es gibt ein Video davon von mir. Schauen Sie sich das an, die Flasche kostet, ja, halten Sie fest, 4000 Euro. Ja, plus die Spekulanten gehen höher. So, jetzt geht es aber los. Begleiten Sie mich, ja, auf meinem Lebensweg und bei den Geheimnissen, die in keiner Papierpresse bisher abgedruckt wurden. Am 11.8. kommt der Abdruck im Elektroautomobilmagazin, einem österreichischen Automobilzeitung für Elektromobilität. Und da können Sie dann auch noch die Wissenschaft darüber nachlesen, die entsprechenden Kurven, wie schnell man fahren soll. Denn Jagen bringt nichts, ja, kostet nur viel, viel Energie. Man muss ausgewogen fahren, dann schafft man auch Rekorde. Und wenn Sie selber diesen Rekord schlagen wollen, gerne helfe ich Ihnen dabei mit Rat und Tat. Und ich möchte natürlich auch gerne dabei sein, wenn Sie das fahren, weil sowas, ja, interessiert mich herzlich. Und dieses Video soll einfach zeigen, dass man heutzutage mit Elektroautos richtig große Langstrecken auch am Tag zurücklegen kann, mit vernünftigen Pausen, ohne Übermüdung, ohne dass man es gern an den Ladestationen anfängt. Das ist alles machbar, Herr Nachbar. So, das soll es nun gewesen sein. Begleiten Sie mich auf meiner Weltrekordfahrt und der meines Sohnes. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Der Supercharger in Seligweiler ist zum Start gut besucht. Einige Schaulustige haben sich nach den Aufrufen im Internet eingefunden. Der rote Rekordwagen am Supercharger wurde nach der Anfahrt von whisky.de am Südende des Starnberger Sees aufgeladen und der Akku hier ausbalanciert. Zum Start des Weltrekords wird der Kilometerstand des Fahrzeugs protokolliert. Obwohl das Auto noch kein Jahr alt ist, haben wir schon 31.000 Kilometer auf der Uhr. Schließlich waren wir mit ihm schon in Nordafrika und Schottland. Um ein paar Sekunden für ein- und aussteigen und an- und abschließen des Stroms zu sparen, teilen wir diese Arbeiten auf. Doch aller Anfang ist schwer. Das Fahrzeug gibt den Stecker nicht so schnell frei, wie wir das gerne hätten. Und auch die Klappe muss manuell geschlossen werden. Dann ist es 12 Uhr und es geht los. Die erste Fahrt wird knapp 250 Kilometer betragen, da der Akku randvoll ist und wir den Möglichkeiten nach schnell fahren werden. Der Supercharger Seligweiler liegt am Autobahnanschluss Ulm-West. Wichtig bei der Auswahl war der Kreisel, da damit keine Haltezeiten an Ampeln verbracht werden müssen. Samstagmittag ist die Autobahn noch ziemlich voll. Es wird aber schneller leerer werden. Diese Szene ist von einer späteren Fahrt eingeblendet. Deutlich sind die aufgesammelten Insekten sichtbar. Während 95% der Weltrekordfahrt fahren wir mit dem sogenannten Autopiloten von Tesla. Es ist ein Fahrerassistenzsystem, das sich per Kamera an den weißen Linien der Fahrspur festhält. Ein Radargerät erkennt Autos auf allen Spuren. Zum Auto auf der eigenen Spur wird ein einstellbarer Mindestabstand immer größer als das gesetzliche Minimum eingehalten. Wir fahren den Weltrekord auf der neuen A8 zwischen Ulm und Augsburg. Je nach Wetter und Verkehrssituation fahren wir langsamer oder schneller. Während ich mit dem Wagen draußen auf der Strecke bin, fachsimpel die Zuseher, die kontrollierende Presse und mein Sohn die ganze Aktion. Per Smartphone ist immer feststellbar, wo sich der Wagen gerade befindet. Sehr schön ist die Regelfunktion des Autopiloten in der folgenden Szene zu sehen. Hier waren wir zu freundlich und sind, statt links zu bleiben, auf die Mittelspur eingeschert. Und prompt regelt der Autopilot die Geschwindigkeit runter. Bei der Rückkehr zum Supercharger haben wir fast freie Auswahl. Den Stall neben den anderen roten sollte man jedoch nicht nehmen, weil sich immer zwei Stalls einen Charger teilen. Wer sich nun auf einen Boxenstop-ähnlichen Anschluss des Kabels gefreut hat, der wird enttäuscht. Bevor das Laden freigegeben wird, benötigt der Ladecomputer noch ein oder zwei Gedenksekunden. Startet! Und es ist genau 1.40 Uhr. Kilometer? 243,7. Total 243,7. Westgleichweite 46. 36. 36. Genau. Und wir starten mit 176. Ja. Gut. Hallo. Und? Ich bin aber schön, wieder ein bisschen Pause zu machen. Ja, ja. Ja, die haben wir gerade. Also einen Duscher habe ich auch gehabt. Und zwar ganz hinten, kurz vor München. Aha. Und da musste man dann richtig runter, so auf 100, 110. Boom. Und gilt aber nur, ich sag mal, 600, 800 Meter und dann war alles wieder top. Klingt ja ganz gut. Okay. Gut. Je leerer der Akku ist, umso schneller blinken die Lichter. Wir laden für den Rest der Zeit immer in der unteren Hälfte des Akkus. Hier geht das Laden besonders schnell vonstatten. Doch Vorsicht! Wie Sie hier sehen, es ist ein Zeitraffer. Und dann sind wir wieder auf der Bahn. Auf der Brücke gilt es noch langsam zu fahren. Wir halten uns an jede Geschwindigkeitsbeschränkung. Wir halten uns an jede Geschwindigkeitschränkung. So Musik 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 Auf! 6. Ich habe es leider nicht gemacht. Und wie viel? 14 Uhr? 56. Kilometer? Gesamt 374 Kilometer. Ja, das mache ich dann. Okay, was hat denn Start? Willst du mit 6 mehr? Eigentlich schon. Okay, das heißt wir starten dann mit... Mit 182 Kilometer. 182 Kilometer. Okay, und dann muss ich jetzt rechnen. Dann schreiben wir noch den Durchschnittsverfahren. Von 257 Kilometer. Passt. Und war perfekt. Sehr schön. Alles läuft noch geplant nicht mehr? Ja, äh... Es ging los. Am Anfang war der Verkehr relativ dicht. Da haben wir nur so 110 Kilometer pro Stunde geschafft. Aber als es dann dreispurig wurde, das ist kurz hinter dem Autobahnkreuz bei Lungen der Fall, da konnte ich dann auf die geplanten 150 Kilometer pro Stunde für diesen ersten Ton anheben. Und das lief dann ganz super in Altsburg vorbei. Überhaupt kein Stadtverkehr. Es war völlig frei. Der Gegenverkehr war noch relativ stark. Es hat doch einer, der hier zum Start kam, erzählt gehabt, dass wir das Envy 120 fahren konnten. Und ich konnte durchfahren. Und wo dann hinter Augsburg, kurz vor Sulze-Mons, wo ich umgedreht habe, gab es dann also eine wahnsinnig eine ähnliche Dusche, die es hier aufgegeben hat. Und da mussten wir dann runter auf 80 bis 100. Und war aber nicht so weit, vielleicht 5 Kilometer. Das hat also nicht so geschadet. Und dann in Sulze-Mons rumgedreht und dann wieder zurück. Und dann habe ich auf dem Navi schon gesehen, hier am Ziel, sehr zäh fließender Verkehr, alles das, was mir entgegenkam, stand halt dort jetzt. Hier, ihr habt es ja selber gesehen. Und ja, ich habe mich dann geschlossen, bei Günzburg, nein, bei Leipzig nochmal rumzudrehen und in Bisburg genau zurückzufahren, weil ich noch die Windreserve drin hatte. Und während der Zeit habe ich beobachtet, dieses Jahr stau aufgelöst. Und dann konnte ich hier nahezu umgehoben durchfahren. Ich hatte halt zwei Abfahrten zweimal wechseln auf der Autobahn. Zu viel, wo man dann halt nur 30, 40 fährt. Wenn man gerade im Rücken fährt, vielleicht mal 50. Aber schnell ist das nicht. Und das ist der Internation. Wo ich sehe das aus, war der Wind mit in eure GF. Ja, sowohl als auch. Auf dem Hinweg mit mir und auf dem Rückweg gegen mir. Das habe ich auch im Verbrauch gemacht. Und da sagt man ja, wenn der Wind von hinten kommt, dann darf man ein bisschen schneller. Weil der Luftwissstand ja nicht den Jahr hat, geht es mal klareratisch. Und wenn man dann gegen den Wind fährt, dann verliert sich das raus. Wobei ich aber glaube, ob das Optimum wäre, wenn es Windstil wäre. Das können wir uns nicht auswählen. Frage noch, Sie haben ja zugegeben gesagt, Sie werden versuchen, den Autopilot häufiger hinzusetzen. Haben Sie mitbegonnen oder sparen Sie sich das für die Abente? Ich habe das gemacht, an den Stellen, wo da ist ein Stück 130 drin. Wir halten uns an aller Sprichgas beschränken, selbstverständlich. Und da bin ich am Autopilot gegangen. Und die anderen Strecken da weniger. Aber hin und wieder mal wenn. Dann muss ein Auto-Pilot in einer hohen Hütter und ein hoher 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 Hütter. Der Autopilot hat den Vorteil nicht nutzen, wo ich kann, weil er nicht verbrannt wird. Er steuert das eigentlich richtig und besser, als wenn man das mit einem Gaspolar. Oder ein Hütter und Schleudung beschneiden kann. Ha, Gaspolar sitzt nicht. Dann steigt der Redakteur für den Artikel in dem Elektroautomobilmagazin zu. Auf der kommenden Fahrt wird er mich für den Artikel im August 2016 Heft interviewen. Wir laden ein paar Kilometer mehr in Reichweite ein. Das Zusatzgewicht muss berücksichtigt werden. 181 182 Stopp! Ich glaube, es ist zu. Los! Ja, der braucht den Augenblick, bis er umstellt. 91 10! 12! 10! Passt das? Ich wünsche dir meine ojos und schaufe. 10! Spannende ist das! 11! 11! 12! Untertitelung des ZDF, 2020 Das Tesla Model S hat hervorragende Funktionen, um Ladezustand und Reichweite in Abhängigkeit des Fahrverhaltens vorzuberechnen. Wir fahren den Wagen auf dem Rückweg aber nie leer, sondern behalten eine Sicherheitsreserve von etwa 10 Kilometern. Die Ausfahrt könnte ja durch einen Unfall gesperrt werden und dann wäre der Rekord im Eimer. Wer will schon auf der Autobahn liegen bleiben? Auch wenn der Akku 0 Kilometer anzeigt, so haben wir im Vorfeld ausgetestet, dass noch 15 Kilometer unter 0 drin sind. Wir haben also immer über 20 Kilometer Notfallreserve an Bord. Wenn man ein Ziel in Navi eingibt, so rechnet der Wagen die zukünftige Verbrauchskurve voraus. Noch reicht es nicht. Dann habe ich meine ersten Stunden rum und Benedikt ist wieder dran. Wir werden uns vor allem über Nacht so abwechseln, dass der jeweils andere ein paar Stunden Schlaf im Hotel bekommt. Sicherheit geht vor. Ja, aber nur einmal drücken. Benedikt ist kein unerfahrener Tesla-Fahrer. Im Vorfeld hat auch er bereits Langstrecken mit dem Tesla zurückgelegt. Ich gebe ihm dennoch ein kurzes Update über meine aktuellen Erfahrungen. Und dann zeigt uns das Navi aktuell noch einen Unfall an. Wir planen einen kürzeren Turn, um nicht im Stau wertvolle Zeit zu verbringen. Und zwar im Navi habe ich mir Anschlussstelle Neuseys. Oben ist der Supercharger. Jetzt musst du immer den, der da steht, den nimmst du als Nächsten. Und wenn du dann dort gewesen bist... Oh! Da ist was passiert. Das müssen wir mal gucken. Das müssen wir mal gucken, wie wir abfahren. Und ich soll jetzt wirklich nur bis zu uns nach Hause kommen. Und du bist zu uns nach Hause. Und du bist zu uns nach Hause. Ja, oh, das zieht sich jetzt raus. Das geht so schnell nicht. Das Bremse treten auf jeden Fall. Achtung! Klappe zu! Klappe zu! Dann ist es endlich Zeit für mich, ein paar schnelle Kalorien einzuwerfen. Dann ist es endlich Zeit für mich, ein paar Jahre, ein paar Jahre, ein paar Jahre. Dann ist es endlich Zeit für mich, ein paar Jahre. Dann ist es endlich Zeit für mich, ein paar Jahre. Dann ist es endlich Zeit für mich, ein paar Jahre. Dann ist es endlich Zeit für mich. Einunddreißig. Einunddreißig. Elf Kilometer. Elf Kilometer. Dann ist es endlich Zeit für mich. Einmal habe ich einen ein bisschen krasser überholen müssen. Hast du hinten einen? Störst du hinten? Hat dir hier der Zettel was geholfen? Hast du das gesehen? Ja, war nicht schlecht. Okay. Okay. Wir haben den Weltrekord über eine der kürzesten Nächte des Jahres gefahren. Während ich wieder am Steuer sitze, kann Benedikt diese stimmungsvolle Zeitrafferaufnahme vom Balkon des Hotels Seligweiler machen. Es ist immer wieder erstaunlich. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel über Nacht auf Autobahnraststationen los ist. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Wir sind nie alleine. Vor 24 Uhr bin ich wieder da und Benedikt hat seinen vorgezogenen Schlaf beendet. Zeit für mich, zu Bett zu gehen. Um etwa 4 Uhr bin ich wieder dran. Benedikt checkt das GPS und nimmt seinen Beifahrer mit. Aus Sicherheitsgründen nehmen wir bei Dunkelheit immer einen Beifahrer mit. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. 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 Jetzt geht es auf die letzte Fahrt. Wir stimmen uns ab, wie wir möglichst genau um 12 Uhr mit minimalem Akkustand am Supercharger ankommen können. Zum Umkehren haben wir uns wieder Ausfahrten ohne Ampeln ausgesucht. Immer hat das Umkehren ohne unnötige Zeitverzögerung geklappt. Mit 40 Sekunden Sicherheit kommen wir um 12 Uhr mittags am Supercharger das letzte Mal mit 3 Kilometer Rest an. Auf der letzten Fahrt begleitete mich ein Vertreter des Elektroautomobilmagazins. Es hätte ja sein können, dass wir in einem Stau hängen geblieben wären. Dann hätten wir auf der Autobahn die Kilometerzahl genommen. So, und das war's. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie viel war's? 2,4, 42,5. Buah. Jetzt fängt's passend noch an zu regnen. Hüttel Prozent. Noch drei Kilometer Rest. Drei Kilometer Rest? Ausgereizt. Ausgereizt. Wunderbar. So, alles klar. Dich hab ich noch nicht gesehen. Genau, ich bin der Ernst. Müß dich. Hallo. So, irgendwie fühlt man sich gar nicht anders. Und auch gar nicht mal müde, weil man ja durch zwei Fahrer ordentlich geschlafen hat. Der eine sieben Stunden, der andere fünf Stunden. Das passt schon. Und der Wagen hat komplett durchgehalten. Es hat nichts gefehlt. Er hat geladen wie die 1. Und sogar meine Angst, dass der Supercharger nach so starker Ladung von einem Fahrzeug in 24 Stunden abgeschaltet wird, um einen Energiediebstahl zu verhindern. Auch diese Furcht hat sich nicht bewahrheitet. Der Akku hat nicht schlapp gemacht. Der Verkehr war toll. Das Wetter war etwas durchwachsen. Aber wir haben fast nie Regen oder Wasser auf der Straße gehabt. Wir haben hin und wieder mal ein bisschen viel Wind gehabt. Das war vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber in Summe sind wir gut durchgekommen. Hin und wieder wurde halt Geschwindigkeit beschränkt, weil wir in den Übergangszeiten, wo Verkehr ist, regeln die die Geschwindigkeit runter. Dann gibt es 130 Stück, was wir immer haben einhalten müssen. Bei Nässe 80 haben wir eigentlich nie fahren müssen, weil dort, wo bei Nässe 80 war, ging es. Und wenn der Regen stark war, sind wir meistens so auf 100 runtergegangen. Die Reifen sind ziemlich neu. Da war also keine Gefahr dabei. Die Gefahr ist eigentlich nicht davon, dass man zu schnell fährt. Die Gefahr liegt daran, dass jemand schnell einen überholt. Und die nachts mit 250 dahin brettern und man ist deutlich langsamer. Ja, also die Gefahr geht nicht vom Elektroauto aus, sondern eher von den Leuten, die durch die Gegend bringen. So, jetzt geht es dann gemeinsam zum Mittagessen. Währenddessen wird der Wagen aufgeladen. Dann werde ich ihn nochmal ausbalancieren, weil gucken, ob der Akku sich vielleicht durch diese starke Belastung, immerhin 6,4 Zyklen haben wir drauf gefahren, ob er sich da ein bisschen debalanciert hat. Und dann werden wir sehen, wie das geklappt hat. Und wenn er voll ist und wir uns ein bisschen ausgeruht haben, dann geht es auch wieder zurück nach Seesau zu Whisky.de. Und dort auf Nacht werden wir eine ganz besondere Whisky-Frasche überführen. Das Siegerfoto zeigt am Ende eine Zahl von 2424 Kilometern, statt 2442 Kilometern wie auf dem Tachometer. Unsere GPS-Messung zeigte diesen um 0,7 Prozent geringeren Wert an, den wir für den Weltrekord hernehmen. Das Siegerfoto zeigt am Ende. 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 Vielen Dank.